es geht weiter es geht weiter let's go ich freue mich das abenteuer geht weiter da 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 fortfahren auf geht's da sind wir ich glaube wir haben genau an der stelle auch ausgelobt das ist schön sehr schön sehr schön gut dann machen wir mal weiter ich drücke mal select für die karte aber da weiß start hier die karte was haben wir hier noch joshi also wir haben echt wir haben echt wenig noch aufgedeckt das wird auch wieder ein bisschen länger dauern hier wir haben hier unten auch ein fragezeichen ich denke aber ich mache zuerst mal wieder hier die 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 quest der sensei und die schülerin mit tomoe machen wir die quest hier da können wir auch können auch porten eigentlich aber wir können auch porten da denkt man nur what the fuck ist sekiro was was meinst du wenn du das siehst oder was ich meine sekiro war ich würde das echt nicht mit sekiro vergleichen tatsächlich das spielt sich schon sehr viel anders ich meine ja man kann ich ich meine man kann es man kann es vergleichen aber aber eigentlich auch nicht achso wenn man die beiden von der grafik vergleichen ja ok ja ja aber sekiro hat auch eine schöne grafik ja das passt aber ja das finde ich auch schöner hier das stimmt die grafik ist hier schon schöner das stimmt schon oder machen wir wieder machen wir es wieder ein bisschen schöner der wetterbändiger es ist der wetterbändiger okay so 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 Der Sensei und die Schülerin. Sekiro war halt farblich eher düsterer, das stimmt, ja. Nicht Dark Souls düster, aber dennoch, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das stimmt. Ein bisschen Eibenholz wieder. Boah, das sieht so cool aus mit den Schiffen da auch am Meer. Das sieht so cool aus. Boah, ich könnte das... Ich könnte mir das ewig anschauen hier. Das sieht so gut aus. Ja, ich bin doch eh schon drüben. Was ist los mit dir? Schaut euch das an, bitte. Das sieht so gut aus. Es ist unglaublich, wie geil das aussieht. Ich hab das schon wieder... Oh, er ist schon da. What the hell? Ich hab's nicht vergessen, aber ich weiß, dass es gut aussieht. Aber am PC sieht's einfach nochmal besser aus. Was auch klar ist. Ich hab auf der Playstation 4 gespielt. Das ist schon... Traumhaft. Ich hab's nicht gesehen, wie ich es nicht gesehen habe. Ich hab's nicht gesehen, wie ich es nicht gesehen habe. Mhm. Man stelle sich das Spiel mit einem Beamer an der Wand vor. Ich spiele es lieber auf dem Monitor. Ich bin tatsächlich nicht so der Beamer-Fan. Einige angeschaut. Ich habe den falschen Knopf drückt. Oh mein Gott. Scheiße. Oh du Drehsack. Das ist so intensiv. Ja nicht Kolfen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und Blut verschmiert. Das Ding ist, wir spielen ja auf Tödlich und da ist jeder Kampf richtig hinter. Aber ich liebe es. Ich liebe es einfach. Ein Fehler und du bist tot. Oder vielleicht auch manchmal nur zwei Fehler. Wenn das Spiel gnädig ist. Aber ein Fehler reicht oft. Muss auch ein guter sein sonst sieht es schlechter aus. Dann habe ich anscheinend immer nur schlechte gesehen. Hogwarts Legacy. Auf meiner VR Brille. Oh ok. Das kann man. Geht. Ich liebe ihn zwar, aber ich teile seine unermessliche Filmliebe nicht. Alles klar Mary. Gute Nacht. Schlaf gut. Schlaf gut. Schlaf gut. Schlaf gut. Warte mal. Was war das? Schlaf gut. Und das ist sicherlich. Richtig. Oh, da sind welche. Oh, da unten ist der Boss. Oh, achso. Oh, das ist mies. Oh, das ist ja mies. Können wir vielleicht den da hinten erledigen? Ich meine, es gibt nur einen Gefangenen, richtig? Oder ich mache es anders. Ich mache es wie ein Ninja. Ein Shinobi. Okay, das war nicht sehr Shinobi-like. Oh, das war nicht. Huh. Obwohl, er hört nichts. Der soll sich bewegen, der Tricksack. Ich glaube, er bewegt sich nicht. Hmm, legal. Okay. Auf ein neues. Ah, genau. Da unten der. Der muss auch mal weg. Scheiße. Das ist nicht dein Ernst jetzt. Das ist nicht dein Ernst jetzt. Oh mein Gott. Das ist nicht dein Ernst. Wie ist denn ein Bogen? Einfach? Ich glaube, mit einem Bogen geht es besser. Ja. Ich glaube, mit dem Punkt wäre es gescheiter gewesen, ja. Wo ist der Boss? Wo ist der Boss? Tja. 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 Yes. Noch eine Haltung. Die Wasser-Kampfhaltung ist sehr effektiv gegen Schilde. Oh. Effektiv gegen Schildträger. Schwere Angriffe fügen zusätzlichen Tommelschaden. Oh, das ist geil. Und die ist effektiv gegen Schwertkämpfer. Okay. Die dann gegen Sperrkämpfer. Okay, die Windkampfhaltung. Und die Mond dann gegen Barbaren. Aha. Ich gehe mal vom Bogen aus, weil die Pfeile da bereit lagen. Ja. 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 Klar. Ui. Und wie wechsle ich? RT. Ah. Ah. Das ist cool. Aber ja, Bogen ist sehr, ist sehr effektiv tatsächlich. Bogen ist gut. Okay. Wenden wir mit ihnen. Hier. 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 Hier bei uns. Hier bei uns. Hier bei uns. Hier beim Otten. Hier bei uns. Oh nein. Eh, Gpots! Oh nein. Oh nein. HHH! Ich bin der Gang foolish. Dann wiederholen wir noch zu Jochen. Wenn du nicht VR-Games auf der Brille spielst, erstellt dir die Plastisch 5 riesigen virtuellen Monitor in deinem Sichtfeld. Okay. Ja, VR habe ich... Ich hatte nicht mal noch eine Brille auf. Also eine VR-Brille. Ich habe keine Ahnung. Ich denke mir auch... Ich meine, mittlerweile ist die schon sehr, sehr weiterentwickelt. Ich habe mir anfangs immer gedacht, ich warte lieber noch. Und ich denke mir noch immer, ich warte besser noch ein bisschen. Bis ich mir sowas hole. Ja, Filme gucken ist ganz cool mit VR. Das glaube ich auch, ja. Aber so Spiele oder sowas. Hast quasi ein Kinosaal im Wohnzimmer. Ja, das ist cool. Das ist cool. Das habe ich schon gesehen, ja. Das stimmt. Das wäre... Sowas wäre nice. Aber... Ja, für andere Dinge weiß ich noch nicht, ob ich sowas... Ob ich die dann irgendwie anderweitig noch verwende... Verwenden würde. Das wäre... Musik Sehr gut. Nächste Quest fertig. Technikpunkt. Yes. Das sieht so cool aus, wie das ganze Interface aufgebaut ist und wieder verschwindet. Das ist einfach sehr, sehr geil. So, Talisman. Einlege- und Nachladegeschwindigkeit werden um 15% erhöht. Nehmen wir. Ja. Und wir haben wieder einen Technikpunkt. Ich muss unbedingt das hier nehmen. Dann muss ich nicht mehr ausweichen. Während ihrer. Dann würde ich das hier noch nehmen. Und dann will ich schon rechts. Hier und hier will ich das dann noch machen. Ansonsten will ich dann hier unten weiter gehen. So würde ich das machen, denke ich. So werden wir das auch machen. So, gut. Hier haben wir wieder die Quest Niederer Fernkampf-Talisman. Was würden wir hier unten eigentlich bekommen? Samurai-Clan-Rüstung. Und hier ganz unten. Erweiterung der Legende. Ronin-Kleidung. Da wäre der Himmelsschlag. Ich bleibe noch ein bisschen hier. Dieser Anime sieht ganz realistisch aus. Wie ist das Spiel? Aber was... Für mich eines der besten Spiele, die es gibt. Ich weiß nicht. Ich traue mich das nicht zu sagen. Aber vielleicht sogar... Overall... Nee, ich will es noch nicht sagen. Eines meiner Lieblingsspiele. Es könnte sich zu meinem Lieblingsspiel mausern. Sagen wir es so. Aber das will ich noch nicht... Da muss ich noch länger spielen jetzt. Ich fand das auf der Playstation... Ich habe das Spiel vor vier Jahren... Habe ich das auf der Playstation 4 damals gespielt. Und ich habe es geliebt. Und ich hatte so eine gute Erinnerung. An dieses Spiel. Und jetzt, wo ich es jetzt wieder spiele... Es ist... Es ist einfach... Es ist einfach so gut. Ich liebe dieses Spiel einfach. Ich liebe dieses Game einfach. Es hat einfach alles, was ich cool finde irgendwie... An dem Game. Es hat einen sehr guten Schwierigkeitsgrad. Ich mag das japanische Setting. Ich liebe diese Welt hier, wie das aufgebaut ist. Und es ist einfach... Ich meine, Story mäßig ist es auch gut. Natürlich nicht eines der besten Storys, die ich je gespielt habe. Aber es reicht mir vollkommen. So, du hast neben... Du hast so viele kleine Minispiele, die Spaß machen. Du hast eine unglaublich große Welt. Es sieht einfach alles geil aus an diesem Spiel. Ich weiß nicht. Du magst die vollgeschießende Ubisoft-Map? Keine Ahnung. Ich finde es halt geil. Es ist halt Geschmackssache. Wenn es nichts für dich ist, Niklas, dann... Ja, okay. Aber... Ich sehe da jetzt keinen großen Unterschied zu Elden Ring, muss ich ehrlich sagen. Weil Elden Ring hat auch ziemlich viele Dungeons, die ziemlich ähnlich sind. Auch eigentlich jeder Dungeon ähnelt sich. Auch vom Aussehen her. So, keine Ahnung. Dann müsstest du das auch kritisieren. Ich finde es geil. Keine Ahnung. Und die Minibosse in den Dungeons sind auch... Wiederholen sich auch ständig. Im Grunde auch fast immer das gleiche. Keine Ahnung. Also da sehe ich keinen großen Unterschied zu dem jetzt hier. Aber welche Collectibles? Hier gibt es ja keine Collectibles. Du machst hier... Ich meine, ja, okay. Aber das hast du im Grunde auch? Das hast du im Grunde in Elden Ring auch? Mit dem Baum? Mit den goldenen Bäumen? Okay, du hast hier... Hier hast du halt eine heilende Quelle oder sowas. Diese Füchse, Haikus etc. Ja, die musst du ja nicht machen. Aber das hast du beim Elden Ring ja auch mit den goldenen Bäumen zum Beispiel. Da gibt es ja auch so viele Samen. Die musst du auch nicht holen. Oh, hier haben wir wieder eine Quelle. Oh, die hat wieder einen Hinweis. Das ist ja auch so viele Samen. Oh, du redest von Ubisoft. Ich meine, das ist nicht von Ubisoft, ne? Er ist schon nochmal ein bisschen anders. als wie jetzt bei Assassin's Creed oder so. Ich meine, es ist ähnlich, ja. Aber wie gesagt, dann kannst du das halt auch mit Elden Ring vergleichen. So, jede Open World hat sowas. Dann bist du halt nicht der Open World Spieler. Oder Witcher. Witcher 3 hat genau den gleichen Shit. Warum schimpfst du nie so über Witcher? Witcher 3 hat genau das gleiche. Ich finde ich nicht, aber das Fass mache ich nicht hier im Chat nochmal auf. Du hast angefangen, Niklas. What the hell, leider. Ich habe nur gesagt, wie gut ich das Spiel finde und du kommst voll geschissen mit Ubisoft. Und ich gebe dir halt, ich gebe dir Contra und dann fangst du da... What the hell, du hast angefangen damit. Ja, ich habe schon verstanden. Okay, Open World Games sind nix für dich. Ist okay. Muss dir ja nicht gefallen. Oh. Die Art sieht sehr gut und originell aus. Ja, das stimmt, ja. Also der... Sieht sehr realistisch. Was heißt realistisch? Es ist schon so ein bisschen übertrieben dargestellt, aber es ist schon Kunst, ja, wie du gesagt hast. Art, ja. Sinnieren über Lieblingsessen. Gefallene Samurai. Okay. Hmm. Es... Es... Ich will auch noch ein bisschen was ich mag. Ich will auch noch ein bisschen was ich mag. Vor allem was ich mag ist, man lernt halt auch durch diese Bäder und so, lernt man auch so ein bisschen vom Charakter kennen. Zum Beispiel haben wir herausgefunden, was sein Lieblingsessen ist. Vorhin hat er über seinen Vater gesprochen, seine Gedanken über seinen Vater und so. Da gibt es halt immer so kleine Hintergrundschnipsel über den Charakter, das finde ich auch sehr, sehr geil. Deswegen stört mich das auch nicht so. Auch über die Kultur, durch die Haikus zum Beispiel. Ja genau, genau, ja. Das finde ich einfach, es hat einfach irgendwas. Oh, herausfordernd was. Let's go! Oh, wir sind schon bereit hier. Oh mein Gott, ich kann nicht angreifen, ich hab den Bug schon wieder. Oh, nein. Ohohoho So, mein Freundchen, so nicht. So, mein Freund, so nicht. So, mein Freund, so nicht. So, mein Freund, so nicht. So. So. So langsam komme ich rein. So langsam komme ich rein in den Kampf. So langsam komme ich rein. So, mein Freund. 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 Bruder. Mein Bärenbruder. Oh, sechs Raubtierfälle gibt's dafür. Das ist heftig. Wo ist der Typ, den er verspeist hat? Ah, da liegt er. Oh, der krabbelt da noch. Ja, so ein Deutsches ist richtig gut, ja. Für ein Jahr. Wahnsinn. Oh, da haben wir noch einen Vogel. Wenn ich hier runterspring, dann hier kann ich runter. Ach, du Heilige. Wie soll ich da runterkommen, Vogel? Was wirst du mir sagen? Ich komm da nicht runter. Ich folge dir, Vogel. Ah, der fühlte uns eh zum Fragezeigen, glaub ich. Wow, was ist denn da passiert? Oha. Ah, hier kriegen wir, glaub ich, wieder die Schwerter. Säule der Ehre. Und schau, die Dinger muss man eigentlich auch nicht machen, ne? Da gibt's halt Deko-Dinger, ne? Also eigentlich so Skins. Jaschas Glut, nimm dich in Acht vor der feurigen Vergeltung des Kriegers. Da hätten wir jetzt einen neuen Waffen-Skin, mehr oder weniger. Aber das passt nicht so wirklich. Das passt nicht so wirklich zum... Was haben wir hier neu? Ja, da brauche ich meinen Rüstungsschmied, genau. Ich lasse noch das Standard der Sturm des Sakai-Clans. Geh morgen zu der deutschen Botschaft. Ein großes Ereignis? Fliegst du nach Deutschland? Oder was? Was machst du für die Botschaft? Für 200 Jahre der deutschen Auswanderung. Ach so! Ah! Okay. Stimmt, es gibt sehr viele Deutsche, die nach Brasilien ausgewandert sind, gell? Da habe ich auch schon gehört. Oh, noch ein Bär. Oder ist das ein Bär? Nein. Hä, gibt der nix? What? Kein Fail? Hm. Oh, Mann. Das Raubtierfell. Das heißt, der Hirsch gibt, glaube ich, gar nix. Ja, dann viel Spaß bei dem Ereignis. Italiener, Deutsche, Polen und ein paar mehr. Und ein paar Europäer halt, ne? Das ist ja cool, dass du da mitmachst. Also, dass du da hingehst. Die werden sich auch freuen, wenn sie dann so einen Brasilianer treffen, der Deutsch gelernt hat und Deutsch spricht ein bisschen, ne? Coole Sache. Wow. Okay. Dann, äh, machen wir mal weiter hier, oder? Oder schauen wir noch hier so ein bisschen... ... ... ... ... ... hier noch ein bisschen was auf? Vielleicht gibt's hier noch ein Fragezeichen, oder so? ... ... ... ... ... Was ist hier los? Oh, hier kämpfen wieder welche. Oh shit. Die greifen mich alle an. Hm, okay. Das sind meistens wahrscheinlich so Diebe gegen Mongolen. Da sind beide Fraktionen nicht gut. Keine Verbündeten. Am Morgen geht es nur um die Deutschen. Genau, als ich dachte, kennen nicht viele Menschen, die auch Deutsch können. Ja, es gibt, vielleicht lernst du jemanden kennen, mit dem du auch lernen kannst. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das ist eh nicht so schlecht, dass wir jetzt ein paar mal ein bisschen jagen gehen und sowas so jetzt machen wir die quest weiter ich habe wieder bock auf eine quest und da kämpfen wieder welche ich vergesse immer dieses schnell reisen kann ja schnell reisen ich habe auch mit zwei anderen freunden gesprochen die mich begleiten werden oh nice 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 also auch noch mal besser wenn man nicht allein geht hat man jemanden zum zum reden so weiter geht's mit der quest um um gespielt gerade, oder was? Die Vergangenheit vergeht nicht. Okay, dann gute Nacht, Party. Schlaf gut. Schlaf gut, schlaf gut. Dankeschön. Boah, es ist eh schon spät, gell? Wo sind die Begegnung? Die Gelegenheit gibt es nur wenige Leute. Gehe. Die Gelegenheit gibt es nach dem Weg. Gut. Wenn man nicht in den Gelegenheit gibt, dann kann man sich nicht verletzen. Man kann nur wenige Leute aussehen. Die Gelegenheit gibt es die Begegnung. Das war's für mich. Okay Hierhin Hmm Oh 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 Wiesigen die Mongolen Herausfordern Let's go Den Samurai-Weg. Oh, was? Das ist dein letzter Fehler, mein Freund. So, Tomo-Weta. Das ist sehr nett. Gäste ist es Künstler, dem sie in der Kühne. Wer ist der Kühne? Jönsü? Herr Schüchner. Die Züchnerin Kraft werden nicht nur für Ehemun anwenden. Die Züchnerin Kraft mit dem Züchnern liebt. Die Züchnerin liebt. Sind wir richtig? Ja. Ein Hinterhalt. Hä? Ein Hebeer. Komm! Ich bin ganz schön. Ich bin ganz schön. Das war's für heute. Ja, sind wir hier richtig. Da sind die schon. Hopp, hopp, hopp. Nicht, dass sie uns sehen, aber von hinten. Oh, da sind schon Fallen. Oh. Oh, ja. Könnte ein Fehler gewesen sein. Oh, da sind viele nämlich. Ich wollte den Samurai-Weg nehmen. Aber anscheinend... Aber jetzt machen wir den hier. Ah, jetzt versteckt er sich, ne? Oh, shit. Oh, ja, da ist es. 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 Was ist das? Oh, das ist der Boss. Oh, shit. Oh. Oh, woher hat der geschossen? Oh, der Drecksack, aber ich habe ihn noch erwischt, aber bringt mich leider nichts. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Ah, hier kann man wechseln. Oh, fertig getrödet. Okay. 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 Oh, das war's. Ich weiß, dass du das so gut ist. Ich weiß nicht, dass du ein Freund warst. Oh, das ist alles für die Erachtung. Oh, das ist alles für die Erachtung. Das ist alles für die Erachtung. Das ist alles für die Erachtung. Oh, das ist alles für mich. Oh, das ist alles für uns, das heißt. So Harzenteil? Oh, das ist alles für dich. Oh, yeah. Talisman des Fernkampfs. Mittlere Erhöhung des Pfeilschads. Oh, das ist nicht schlecht. Das mit dem Hund. Und das war es mal weg. Nehmen wir das lieber. Warum ist das eigentlich da oben so... Warum ist das der Platz klein? Und das hier unten, das verstehe ich nicht so ganz. Na gut, egal. Machen wir es mal so. Hat das da oben vielleicht einen stärkeren Effekt? Nein. Vielleicht sind das die zwei zusätzlichen... Das sind die zwei Startplätze. Vielleicht schauen die deswegen so komisch aus. Na ja gut, egal. Oh, was haben wir hier? Yoichis Kreuzung. Da schauen wir gleich mal hin. Die ganzen Pfeile nehmen wir mit. Oh, da ist schon was. Könnt kritisch werden hier. Oh, ja. Herausfordernd nochmal jetzt nicht. Nein. Bonus. Bringe Gegner von oben um, um ohne gesehen zu werden. Finde und beobachte den Mongolen-Anführer. Bonus. Ob wir das schaffen? Von oben. Ohne gesehen zu werden auch noch. Das ist heftig. Weiß nicht, wie ich das machen soll. Okay, da war der, da war der Anführer auf jeden Fall. Aber wie soll ich die machen, ohne, ohne gesehen zu werden? Von oben, das geht ja gar nicht. Was ist das denn hier? Kränen sind ein Symbol des Herbstes. Und Inspiration für eine Vielzahl von Gedichten und lyrischen Texten. Da ihr Gesang geschätzt wird, werden sie oft in kleinen Käfigen gefangen gehalten. Sie kommen überall in der Natur vor, auch wenn einige sagen, man findet sie besonders auf Friedhöfen, wo sie die Toten besänftigen. Ah, man kriegt da eine neue Flötenmelodie für das Wetter. Boah, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Von oben. Hä? 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 Es geht ja nur vom Zelt aus, aber... Die anderen stehen einfach viel zu nah aneinander. Ohne gesehen zu werden. Ne, da machen wir das noch nicht. Ich glaube, das geht hier noch nicht so... Da braucht man irgendwas zum Ablenken oder, weiß ich nicht, so eine Rauchbombe oder irgendwie sowas. Ich glaube, sonst würde das nicht gehen mit dem Bonus. Ah, den Bonus würde ich schon noch gern mitnehmen. Dann lassen wir das Dorf erstmal oder was das ist. Kampfhaltungsfortschritt. Und achtmal Eisen. Hättest du das hier auch gegeben? Ich weiß gar nicht. Ich habe das gar nicht gesehen. Was kriegt man da? Niederer Verteidigungstalisman. Hm. 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 Nee, ich gehe wieder hier zu ihm. Aber... Ich glaube, ich werde für heute Schluss machen. Ich bin schon ein bisschen müde und es ist schon 2 Uhr. Die Zeit ist schneller vergangen, als mir lieb ist. Aber morgen ist ja auch noch ein Tag. Haben wir den ganzen Samstag... Haben wir morgen nichts vor. Können wir den ganzen Samstag zocken hier. Ja, besser ist es. Ich spiele dann morgen wieder fit. Ja, hat wieder Spaß gemacht. Hm. Müssen wir halt schauen, wo wir die ganzen Sachen verbessern können. Weil... Materialien haben wir ja schon genug eigentlich. Ja gut. Gut. Ja. Das tun wir gleich. Schubti wupp. Und... Ja. Morgen geht es dann wieder weiter. Da. Ja.